Es geht weiter. Und ich bin sehr begeistert. Und ich schlaufe in die falsche Richtung. Ah, wo will der Geist uns denn hinführen? Ach, da hoch. Ne, den baue ich doch nicht schon wieder auf. Ah. Einmal hier rein. Dann geht's heute mal hier lang. Ja, ja, ja. Die wollen auch alle eure Schwerter haben. Ja. Bist gleich fertig. Ah, Geld brauche ich immer. Und dann geht's wieder durch den Garten. Lade. Bildschirm. Oder wie auch immer man das definieren möchte. Tja. Ohlala. Da fliegen wir durch Stellung. Tja. Oh, das ist ganz kaputt. Da, die sind da. Da, ja, Professor Moin. Du, 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 du. Bildschirm. Ah, ha, ha, ha. Da, da, da. Jo, was ist los? Oh, was haben wir denn das Spitschen hier? Ordentlich. Oh, ho, ho, ho. Katze. Da fehlt ne Katze. Ei, ei, ei. Ei. Ah, das ist Level. Naja, egal. Einmal hier. Ab. Ja, komm, mach ich gerade. Baby Flash. Hier noch. Wie schön. Ei, ei, ei. Was ist denn da? Ja. Ok. Ja, die Weltkugel, die ist sehr weltig. Puh. Ja. Das hat ein wenig kein Sinn mehr. Wie viel Geld wollen die denn da noch rausholen? Ach, die rückt jetzt hier die Teller raus. Ah, hier. Komm. Und so. Und so. Es geht die Katze nämlich da weiter. Wo ist die jetzt? Ach, da oben. Ei, ei, ei. Ach so, jetzt rückt die hier nämlich den nächsten Teller raus. Okay. So. Wo kommt denn der rein? Ah, da. Zack, immer mehr Geld gibt das. Und wo kommt's raus? Sicherlich in dem Bild da drüben, wenn ich das jetzt mal so schätzen darf. Und ich hatte natürlich recht. Und ich hatte natürlich recht. Zu der hier, wenn ich das mal so schätzen darf. Oh, da ist ein Blas. Oder ist der Wäse Harry. Das darfst du nicht. Dumbledore. Oh, ho, ho, das geht so nicht. Aber der Dumbledore, der will dazu. Der Dumbledore. Ja, der Päsch. Ja gut, der wollte es nicht so, aber egal. Ja, wir sind jetzt im bösen Wald, wie immer. Im bösen Wald. Wie oft er nicht jetzt bereits schon vorkam. Hier mit den bösen Spinnen und den bösen Pilzen. Und den bösen Spinnen und den bösen Pilzen. Ach, das können wir doch Lumossen. Ey, warte mal hier denn. Scheiß. Einmal hier, das. Ey. Okay, nochmal. Einmal aufbauen. Zack, okay. Alles Geld der Welt muss ich mitnehmen. So, ey, die Pflanzen, die gehen mir auch auf den Keks. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal hier entlang. Gucken wir mal das hier hoch. Ach, da muss ich mich draufstellen, sicherlich. Aber auch mal war hier. Zack. Und dann hilft die Hermine uns. Und wir können da hoch. Hahaha. Okay. Einmal hier diesen Klatschebogen. Ach, da können wir jetzt auch noch hier die einzelnen Lianen aufweisen. Und das Ding. Mach ich sicherlich den Baum kaputt, wie ich das so kenne. Oder entwurtscheln. Ja, entwurtscheln, das ist auch eine Methode. Einmal hier reinhüpfen, geht das? Ne. Okay. Ei, ei, ei. Zack. Oh, jetzt wurde ich geblendet. Zack. Hier, Hermine hat doch eine Katze oder was. Die kann ausgrubbeln. Äh, grubbeln. Graben. Toll. Und gehört in das. Ach, so. Zack. Und zack. Und ein Stückchen fehlt noch. Ah, muss ich wieder graben, ey. Was ist denn da jetzt wieder? Okay. Einmal hier Katze. Graben, graben, graben. Kann ich auch die Omi hier spielen? Ah, egal. Ne, wir haben hier ein Stückchen mit und. Ich bleib schon da dran. Ah, jetzt geht das hier wieder. Oh, ey. Geh immer auf den Keks. Einmal gucken, wie das Level heißt. Ein riesiger Virtuose. Ei, ei, ei. Wie soll ich das denn jetzt Schrott machen? Irgendwie. Muss das doch gehen. Einmal hier hoch. Ah, yeah, ei. Jo, Moinsen. Ich krieg dich da leider nicht raus. Ah, musst du ein bisschen warten. Einmal hier alles aufbauen. Und der böse, böse Grantelbart-Pilz, ey. Ich hab mir jetzt noch ein Grantelbart. Na, egal. Ey. Geld. Wie oft willst du noch überleben? Na gut, einmal hier den Pfosten. Und dann kann ich hier nämlich die... Genau. Die Blätter abschneiden. Ja, komm. Komm. Gut. Und weiter. Was ist los? Da ist der Riese. Da könnte dein Brief haben und dich haben. Und sie wird angeriffen von der böse Ruiz. Tja. Und so ist es nun mal. Und so bleibt es auch. Da ist ja ein... Wie heißt man die Segway? Okay, genau. Ja, gut. Ich muss jetzt irgendwas bauen. Boah, ich möchte nicht all diesem Geld. Scheiß. Ah, die Folge ist voll mit Spaß. Mal bis jetzt mal.